Die Rear Seat Remote ist ihre Schaltzentrale im Formbereich. Auf dem 5,7 Zoll großen OLED-Display vereint Audi viele Funktionen und unterstreicht das moderne Interieurdesign. Die Rear Seat Remote Bedieneinheit lässt sich entnehmen und wie ein Smartphone per Touch steuern. Sie bietet Komfort im Sinne einer praktischen Fernbedienung. Je nach gewählter Sonderausstattung stehen unterschiedliche Funktionen bereiten. Hierzu gehören beispielsweise die Veränderung der Temperatur, Sitzposition oder der Jalousien sowie die Steuerung von Medienquellen und deren Lautstärke. In Verbindung mit den optionalen Ausstattungen Matrix-LED-Leselicht oder der Konturambientebeleuchtung können Sie über die Rear Seat Remote Ihre Lichtkonfiguration verändern. Haben Sie die optionale Telefonie im Fond inklusive Audi Phonebox an Bord, kann die Rear Seat Remote zudem als Telefonhörer genutzt werden. Mit der Rear Seat Remote steuern Sie Ihre Komfort- und Infotainment-Funktionen im Forembereich.